Musik Kapst Franziskus hat den Mainz-Verval-Bischof Dr. Ulrich Neymeier zum neuen Ausstieg von Erfurth-Panland. Also ich freue mich über den neuen Bischof für Erfurth und Dr. Neymeier aus Mainz. Und ich denke, er passt hierher und das wird auch eine gute Sache werden. Gute Jahre wünsche ich ihm hier in Erfurth. Also als Mitarbeiterin der Domberg-Gemeinde, die hier auf den Domberg Führungen macht, auch in Absicht und ihn dann öfter treffen wird, ich bin sehr auf ihn. Ich glaube, er passt gut zu uns. Und ich erwarte, dass er auch hier auf die Menschen gut eingeht und ich denke, er passt einfach gut her. Und jetzt ist ein Mainzer Erfurter Bischof geworden. Was sagen Sie? Das finde ich toll. Alle Verbindungen. Ich meine, der Vogel ist ja auch mal gekommen aus Mainz. Ich weiß nicht, ob es da einen Zusammenhang gibt. Ich glaube nicht, dass die Regierung in Rheinland-Pfalz Einfluss nimmt. Aber ich finde es schön. Musik 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 Musik